Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. So, nächstes Feld. Genau, Versicherungsansprüche. So, und hier ist es auch häufig so schön, da verstehen die meisten runter auch Versicherungssumme. Ja, dann stehen da 200.000. Ich so, äh, äh. Das, was an Rückkaufwerten da ist. Ich habe auch schon die Situation gehabt, dass mir dann jemand eine Risikolebensversicherung mit 500.000 Euro da eingetragen hat. Das sage ich, schön. Ja, aber das interessiert die Bank nicht. Also, wenn Sie eine kapitalbildende Versicherung haben, sei es eine Rentenversicherung, eine Lebensversicherung oder eine Fondpolice, dann kommt da immer der aktuelle Rückkaufwert rein. Nicht, was da irgendwann mal rauskommen soll in 20 Jahren. Nicht, was da an Todesfallleistung ist, sondern das, was wirklich am angesparten Kapital da ist. Ganz wichtig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schick. Tschüss. 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 Vielen Dank.